Guten Morgen, liebe Wanderfreunde aus Lensburg. Heute gehen wir von Haithapu nach Selk und wieder zurück. Durch das schöne Selkanoa bei schönem Wetter. Treffpunkt ist der Parkplatz am Wikinger-Museum in Haithapu. Gegenüber von Schleswig befindet sich der große Parkplatz vom Wikinger-Museum, mit dem Ahr gekennzeichnet. Hier sehen wir das Museum mit den Ausgrabungsfundstücken. Wir gehen oft auf den Wallanlagen. Mit Blick auf das Wikinger-Dorf. Rundherum sind einige Runensteine verteilt. Hier befinden wir uns auf dem Weg durch das Reet direkt am Wasser entlang zur Brücke. Hier ist sie nun. Heute war es relativ trocken an der Brücke, sodass wir gut hinübersteigen konnten. Heute hatte man von der Brücke oben eine gute Sicht und mit viel Fantasie hatten das Wikinger-Chip von früher erkennen können. So und ähnlich geht's dann weiter, über schöne Stege durch das Stillen. Mit Fantasie konnte man auch hier die Horden sehen, die früher hier mal lebten. Vorbei am Sportplatz und am Hochseilgarten ging es dann hinab zur Säger Badestelle. Mehr als die Hälfte des Weges ist durchschritten, nun möchten wir gerne etwas Kuchen und Kaffee. Bei diesem schönen Ambiente. Mmmh, lecker, lecker! Nach einer Pause ging es dann weiter auf den Rückweg. Das war eine schöne Tour und viele Grüße an die Rendsburger Wanderfreunde. Tschüss! bis zum nächsten Mal. Wochen dauern Sie Die Minh sache bis zum nächsten Mal just ko dass ihr